und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem kanal heute gibt es eine weitere folge unserer prognose heute mal an dem montag ja komisch aber morgen schon wieder match der morgens der siebte spieltag deswegen werde ich das für euch jetzt aufnehmen oder sprechen meine tipps für den spieltag 7 am donnerstag kommt natürlich natürlich auch wieder spieltags prognose 8 und 9 natürlich aber morgens match day deswegen muss ich das ja machen so das erste spiel sind die tristener eislöwen gegen die kasse huskies und ich denke dass da die tristener eislöwen mit vier zu eins verlieren gegen kassel kasse muss oder soll in form kommen dresden ist ein schwerer gegner für sie für dresden natürlich auch ein harter gegner aber ich denke dass der kasse da in dresden gewinnen kann dann kommen direkt zum nächsten spiel das in die raumsburg tauscht das gegen selbst und ich denke dass daraus wo keine probleme bekommen wird und gewinnt das spiel mit fünf zu zwei gegen selbst nach meiner prognose natürlich etwas am straucheln aber wir hoffen natürlich dass sie da irgendwie wieder rauskommen aber sie hatten da haben wir jetzt dann auch das nächste spiel ist dann gegen biedigheim auch ein harter gegner raumsburg meister 5 2 gewinnt ravensburg und dann kommen wir zum nächsten dass der rc bad nauheim gegen die füchse und schenke das wird ein spannendes spiel ausgeglichenes spiel 4 2 gewinnt aber bad nauheim gegen die füchse ja es gibt da nicht viel zu sagen beide sind ganz okay würde ich sagen bisher reingestartet oder vielleicht eine bisschen besser der andere nicht aber ich denke dass bad nauheim das spiel mit 42 gewinnen kann dann das nächste game sind die starbus rosenheim gegen biedigheim und das ist ein aufstecker gegen abstecker spiel aber ich denke dass da rosenheim mit 3 zu 2 gegen biedigheim gewinnen kann ich habe das irgendwie im gefühl sie haben auch kasse schlagen können mit 21 ich denke dass das auch so ein spiel wird wohl nicht so viele tore fallen und schenke dass da rosenheim zwischen halb sieg einfahren kann dann das nächste game rc freiburg gegen evl also landshut und ich denke dass da landshut mit 52 gewinnt man starkes spiel von landshut also ich habe sie ja schon ein bisschen höher getippt muss ich dazu sagen bisher waren sie jetzt gegen krümmelscher verloren jetzt lausitz ich habe das bisschen vor produziert also nicht wundern und ich weiß nicht sie haben nicht sehr starken kater aber manchmal klappt das nicht so manchmal sind die region feier da kommt keiner an die vorbei aber manche spiele auch nicht so das nächste game kaufbohren gegen grefeld das ist ein geiles spiel aber ich denke dass da krevet mit 52 gewinnt etwas deutlicher würde ich sogar sagen ja krevet ein starkes team kaufbohren genauso ich denke dass krevet da vielleicht ein bisschen besser ist aber kaufbohren ist auf jeden fall ebenwürdig also die können auch dort vielleicht auch mit einem knappen sieg gewinnen aber ich denke dass krevet wie gesagt gewinnt und zum letzten game die eisbeeren regensburg gegen die eispiraten die eisbeeren haben letztes spiel 73 gewonnen dann zuvor dann gegen badmauheim verloren in meiner prognose natürlich und schenkt das dort die eisbeeren 3 1 gewinnt es wird auf jeden fall ein enges spiel eisbeeren regensburg ein sehr starkes team hinten natürlich mit neffin und melken glaube ich heißt der toter und zwar ist sehr sehr starke toter olex schilin natürlich bei der eisbeeren top schneider ich finde ein bisschen andere redet er spielt nicht so oft er hatte jetzt die letzte jahre luka kraschner und scharipov das sind natürlich toter die natürlich viel mehr erfahrung und vieles mehr haben aber ich denke dass die eispiraten da 3 1 gewinnt es wird auf jeden fall ein enges spiel es wird nicht viele toren fallen würde ich sagen das erste mal so richtig das war es dann auch mit der prognose zum siebten spieltag schaltet dann am donnerstag zur nächsten prognose ein kommt 14 uhr online da sind auch coole spiele dabei sage ich euch so wie es ist lasst like und abo da dann hören wir uns beim nächsten video am dienstag kommt nhl schaltet da auch gerne ein lasst like und abo da geht auf community geht auf unseren kanal community und dann könnt ihr eure tipps auch noch abgeben lasst ein like und abo da und dann hören wir uns beim nächsten video